Für mich ist wichtig bei der Testimonial-Kampagne dabei zu sein, weil Aufgeben nicht wirklich eine Option ist und ich auch meinen Beitrag dazu leisten will, dass wir wieder relativ rasch zu einer Art von Normalität übergehen können. Diese Geste beleitet für mich einfach Respekt gegenüber den Mitmenschen, dass man einfach in absehbarer Zeit einfach wieder zu Normalität übergehen kann. ARD Text im Auftrag von Funk